So, hallo, wir machen weiter. Beim Thanos-Prinzip Road to Gehenna DLC. Das letzte Mal sind wir hier gelandet. Wir sind nicht mehr wir, sondern wir sind Uriel. Eine neue Instanz sozusagen, die erstellt wurde, um hier Menschen zu retten, die verbannt worden sind. Und ich nehme an, dass das diese hier sind. Und das hier ist jedenfalls Welt 1. Es gibt vier Sterne zu finden. Wir gehen mal vorsichtig in Richtung Welt 1. Vielleicht bricht die Brücke zusammen oder sowas. Kann ich eigentlich... Ich kann. Okay, ich möchte wissen, ob ich auf dem Ding landen kann. Das ist viel zu weit weg. Oh, aber... Okay, die Dinger werden einen... Oh, okay. Es gibt hier auch ein Oberwelt-Puzzle. Da komme ich niemals drauf. Nein. Nicht von da. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh, da muss ich mich jetzt aber doch erstmal außen rum gucken. Ob ich von hier vielleicht da drauf... Das war echt knapp. Da jetzt immer wieder hinlaufen ist natürlich auch nicht so cool. Kann ich vorspulen? Ah ja, das geht nach wie vor. Komme ich hier eigentlich hoch? Nein. Okay. Was haben wir hier denn alles so ein bisschen? Und ich bin mal gespannt, wo wir dann in den jeweiligen Welten landen werden. Ob das auch wieder so Submaps sind. Ich gehe ja stark davon aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass hier drin alles stattfindet. Das wäre ein bisschen arg klein. Für vier Rätsel und auch noch vier Sterne? Nee. Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, aber hier außen sehe ich tatsächlich jetzt nichts. So, auf die Schnelle. Deswegen wird es ja auch nicht länger aufhalten. Also gehen wir rein. Ja, das ist ein Transport. Ich würde jetzt auch fast sagen, wir gehen direkt da rein. Ich habe schon den letzten Part so viel mit Rumsucherei verschwendet. Ich denke, wir können uns in aller Ruhe... Falls es Easter Eggs gibt, machen wir die eh wieder mit dem Stormmaker. Und dann... Ja. Ne? Gehen wir jetzt mal in die Welt rein. Da kann ich wahrscheinlich auch erstmal wieder rumsuchen. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, die Struktur sollte erstmal wieder laden. Hier hat sie schon. Oh, schau mal rein. Guck, ich kann zaubern. Komme ich hier schon rein? Natürlich nicht. Okay. Da sind wir also wieder. Bei neuen Rätseln. Für mich ist vor kurzem... Quatsch. Für mich ist kurzem Universum... Was? Für mich ist kurzem Universum gehört zu haben, Ehren genug. Solch ein großartiges Universum. Solch ein großartiger Plan. Nicht einmal der Tod kann mir diese Ehren nehmen. Denn nichts kann die Tatsache ändern, dass ich gelebt habe. Ich war ich. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. BabylonArch.txt Ich möchte am liebsten schon wieder überall rumhüpfen und rumprobieren. Aber eigentlich möchte ich auch erstmal die Rätsel mir anschauen. Okay. Hier ist dann das zweite. Vier Stück waren es, ne? Oh. Es gibt Easter Eggs. Komme ich da irgendwie rein? Das ist doch niemals nur zum Angucken. Ah, ich komme hier rein. Da. Okay, wer will den Hut aufgesetzt bekommen? Der Engel. Natürlich nicht. Also theoretisch müsste es irgendein... Ja, so ein Kobold, so ein Gnom, irgend sowas sein. Wir haben es wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht gesehen, wo der Hut hingehört. Und die Seelen der Toten werden im Geist versammelt sein. Und der Geist wird gedeihen. Stapelterndichtung.docker Ach, das ist... Ist das so? Kann ich den auch aufheben? Okay. Okay. Oh, ich baue eine komplette Figur wieder zusammen, ja? Aber wo? Wo ist das Podest, um die Figur zusammenzubauen? Das ist bestimmt wieder irgendwo dann so ein Podest, wo man die hinsetzen kann, die ganzen Figuren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch noch Füße finden und lauter so Zeug. Oh, schiert. Das wollte ich doch jetzt noch gar nicht. Das ist doch dann ein Easter Egg. Scheiße. Aber dann haben wir schon mal was entdeckt. Das heben wir uns aber auf. Warum wird die Musik hier so komisch? Weil sie es kann. Ich glaube, es hatte nichts mit dem Ort zu tun. Es war einfach nur ein Zufall. Warte, komme ich da hoch? Nee. Ich will jetzt auch nicht allzu lange hier rumrumpieren. Mensch, es tut mir schon wieder leid. Ah. 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 Wenn ich halt mal Füße finden würde. Okay, hier ist dann das nächste Rätsel. Aber das haben wir natürlich noch nicht gelesen. Nichts kann der Demokratie mehr zu wider sein, als eine Person zu inhaftieren und im Gefängnis zu halten, weil sie unbediebt ist. Das ist der wahre Test der Zivilisation. Churchill gesammelte Werke. Doc. Ja. Wie wahr. Okay, wo sind mehr Teile von dem Mutmännchen? Ich komme nicht auf den Namen. Ich weiß schon, das ist so eine... Aha. Das war ein bisschen laut. Es tut mir leid. Das ist jetzt ein Arm. Ja. Das ist so einer, der beim Regenbogen steht. Sind das Kobolde oder was waren das immer für welche? So Glücks... Irgendwie so doppler Glückskobolde, ne? Da habe ich jetzt jedenfalls einen Arm gefunden. Ich bräuchte mal den unteren Teil, so ein Bein oder sowas. Dass ich dann anfange zu verstehen, wo ich die hinsetzen muss. Okay. Was haben wir da jetzt gefunden? Ich lege es mal zum Arm. Was ist das jetzt? Muss auf jeden Fall auch nicht der Anfang. Das ist blöd jetzt. Jetzt bin ich doch wieder drin. Aha. Na? Dankeschön. Das ist doch jetzt der erste Fuß. Das heißt, irgendwo... Irgendwo müsste... Der doch jetzt hinkommen. Ah, hier. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig hier. Okay, sehr gut. Das heißt, hier kann ich mal alles sammeln. Es tut mir leid, jetzt machen wir das doch. Ach, ich bin blöd. Das geht noch nicht, logischerweise. Dann holen wir mal die ganzen anderen Sachen, die wir schon gefunden haben. Das geht natürlich auch noch nicht. Kann ich denn schon einen Teil des Rumpfes vielleicht aufsetzen oder was das überhaupt ist? Aha, das geht. Dann kann doch der jetzt bestimmt da drauf. Geht sogar noch nicht, okay. Aber hab ich dir den Hut hingelegt? Hier irgendwo, ne? Hier hab ich ihn hingelegt. Der Hut kann aber erst recht noch nicht drauf. Ach, scheiße. Das kann doch nicht so richtig blöden Dinger. Das kann doch nicht wahr sein. Kann da echt noch nicht der Rumpf drauf? Wahrscheinlich, weil das Bein noch nicht da soll sein. Ich brauche also noch einen Arm. Ich bräuchte auch noch einen Kopf. Scheiße. Jetzt bewegt sich der Schatten des Stangengefirs wie ein bleierndes Gitter gespannt. Gegenüber von meinem Dorf drei Bretter Leinbett an der weiß getünchten Wand. Da begreife ich. Steht irgendwo in der Welt Gottes furchtbarer Morgen in Brand. Zuchthaus von Wheeling. Punkt C 33. Da ist doch was. Ich seh das doch. Jetzt nimm es doch. Danke. Was ist das? Ah. Das ist der Anfang des Körpers. Dann kann da jetzt das Ding drauf. Aber einen Hut bekommt er, einen Kopf bekommt er schon noch. Oder kommt der Kopf jetzt so direkt. Nein, dann. Aber der Arm kann er an, der erste. Okay. Ja gut, dann haben wir halt gleich mal Easter Egg gemacht. Scheiße. Okay, wo könnten noch welche sein? Die wir jetzt noch nicht. Hier war aber noch nicht so richtig. Da ist bestimmt noch irgendwo eins hier drin. Ah ne, hier haben wir gerade den Rumpf, äh, den, den Dingsherr, ne? Den, den unteren Teil. Stimmt, den haben wir hier gerade rausgezogen. Ich hoffe, dass die nicht in den Leveln rumliegen. Das wär blöd. Weil ich da jetzt definitiv noch nicht reingehe. Hier hab ich eigentlich ja schon alles abgeguckt, aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich muss auch noch mal im Becken außen gucken. Becken könnte auch noch... Also da in dem, in dem Wasserding, da könnte auch noch was sein. Ich weiß, das ist jetzt wahnsinnig spannend. Es tut mir leid. Und gleich werde ich wieder als blind betitelt, weil ich Dinge übersehe, die ich suche. Ich bemühe mich wirklich, meine Augen offen zu halten. Um auch das Offensichtliche nicht zu verpassen. Die Gefahr ist natürlich, dass ich jetzt Dinge doppelt und dreifach abgehe. Und dann da, wo es wirklich wichtig ist, nicht begründlich genug gucke. Okay, hier war, glaube ich, echt nichts mehr. Gehen wir noch mal in den Abschnitt, aber ich glaube, hier hab ich auch schon alles entdeckt gehabt, ne? Glaube ich zumindest. Hier war es sicher nicht viel. Und ich glaube, irgendwas hat mich hier rausgezogen. Ich weiß gerade nicht mehr was. Aber irgendwas hatten wir hier schon gefunden. Meine ich zumindest mir gedacht zu haben. Aber ich denke mir ja viel, wenn der Tag lang ist. Hier ist nichts. Höchstens hier nochmal. Aber auch da. Nee. Okay. Hier hinten hab ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals geguckt. Richtig. Falsch. Da war ein Köpfchen. Das Köpfchen war jetzt gar nicht so nett versteckt. Also bin ich jetzt gerade echt froh, dass ich das dazu vielleicht hingeguckt hab nochmal. Okay, dann kannst du jetzt deinen Hut aufbekommen. Dann fehlt jetzt noch ein Arm und ein Bein. Zwei Dinge. Zwei etwas kleinere Dinge, dann wohlgemerkt. Aber wir hatten ja damals, als wir noch nicht wussten, dass es hier sowas gibt, haben wir hier uns noch nicht so gründlich umgeguckt. Das heißt, ich habe Hoffnung. Ja, perfekt. Ich habe Hoffnung, dass wir die Dinge noch finden werden. Jetzt fehlt nur noch ein Arm. Und auch hier wieder der gleiche Satz. Ich habe ja damals noch nicht hier so gründlich geschaut, als ich hier rumgelaufen bin. Weil ich nicht wusste, was wir hier suchen. Das heißt, hier wird der Arm jetzt auch irgendwo relativ zügig auftauchen. Und Ich glaube, ich werde mit dem E-Stack dann den Part auch beenden. Es ist dann blöd, weil für die Leute, die Fortschritt sehen wollten, tut es mir leid. Aber Ja. Ich werde das entsprechend vermerken, hoffentlich. Dass nicht jemand hier den Part guckt und dann enttäuscht ist. Ah, perfekt. Nice. War es das? Da kann ich noch was mit dir machen. Du wirst dich ganz so spektakulär, wie die andere Statue holen. Hm. Oh, das ist aber auch... War das im anderen auch schon so animiert, das Wasser? Wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, gut. Ja, gut. Ja, passiert nicht. Bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Mehr, dass man Strom hat, also dass so ein Strom, dass so ein Donner kommt. Mehr passiert tatsächlich anscheinend erstmal nicht. Oder es fehlt noch was. Fehlt vielleicht noch ein Stock oder so, den er noch bekommt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Hier liegen jetzt nichts mehr. Nee, das... Das hätte ich gesehen. Wir haben jetzt wirklich alles durchgeguckt. Das fing hier an mit dem Hut. Hätte ich doch nur nicht da reingeguckt. Ach, was machen wir denn jetzt? Naja, ich werde mir was überlegen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Das war ein Easter Egg Part. Ähm. Ja. Naja. Mal schauen. Vielleicht... Ich muss mir was überlegen. Wir werden sehen, wie wir das machen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Ich versuche.